Hi, hier zeige ich euch die Übung Einbeinstand für unsere Bewegungs-AWC. Dazu zieht ihr euer Knie schön weit nach oben und achtet darauf, dass der Körper gerade ist. Als Hilfe könnt ihr die Arme zur Seite strecken und wenn ihr es schafft, könnt ihr auch einmal die Augen dabei zumachen. Viel Spaß dabei!